Wenn Sie in Restaurants essen, ist es manchmal schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Sie fragen sich, wie das Gericht aussieht? Die meisten Restaurants haben keine Menüs mit Bildern oder in Ihrer Muttersprache. Wir bringen Ihnen Visit-App. Scannen Sie den QR-Code auf dem Menü mit Ihrem Smartphone und Sie können alles aus der Speisekarte im Bildformat sehen. Das macht die Bestellung einfach. Visit macht Ihre Speisekarte mit Bildern und mehrfachen Sprachen verständlicher. Laden Sie jetzt die Visit-App im App Store oder Google Play herunter.